Von Rechtsextremismus bis hin zu Drogen. Auf Telegram gibt es wirklich alles. Coke-Weed 24-7-Taxen. Direkt um die Ecke vom Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Wir wollen wissen, wie kann das sein und warum tut niemand was dagegen? Alright, viel Glück. Danke. Ich benutze Telegram schon seit Jahren. Ganz normal, als Messenger. Sprachnachrichten von Franco. Aber vor kurzem hat mich ein Kollege aufmerksam gemacht auf die sogenannten Gruppen in deiner Nähe. Das sind Gruppen, die man, wenn man das Handy einschaltet, wenn man Telegram einschaltet, in der näheren Umgebung finden kann. Und da sind ganz nette Nachbarschaftsgruppen und so und nette Angelgruppen und so dabei, aber auch einige fragwürdige Sachen. Genau, wir gucken uns mal an, was hier um den NDR für Gruppen geht. Und da sehe ich als erstes Hamburg ***. Das ist die Kokain-Math. In den Gruppen scheint es wirklich alles zu geben. Hier zum Beispiel wird Gras verkauft. Amnesia Haze. Aber auch harte Drogen. Zum Beispiel Kokain. Und zwar offenbar in rauen Mengen. Darüber hinaus Ketamin. Ein Pferdebetäubungsmittel. Und jede Menge Ecstasy. Hier schön in Pikachu-Form. Du brauchst keine Skills wirklich. Du musst nur wissen, wie man ein Handy bedient. Du musst nicht wissen, wie man ins Darknet kommt, wie man da rum manövriert. Du musst einfach nur dein Handy rausholen und den Nachricht eintippen. Fertig. Und genau das machen wir jetzt. Wir scannen die Angebote und schreiben die Händler an. Kommen wir wirklich so einfach an Drogen? Jo Leute, giftiges Amnesia Haze. Lieferung ab 20 bis 12,5. 95 Euro Umgebung Holstenstraße Altona-Schanze. Einfach pv mir schreiben. Es dauert nicht lange. Dann schreibt uns der Erste zurück. Oh, der Doktor schreibt, ja, würde auch Holstenstraße gehen, sagt er. Das sind die Kops, Alter. Geil. Jetzt schreibe ich mich dann, dass ich da bin, ja. Uh, der andere Typ hat uns mittlerweile auch geantwortet. Jetzt machen wir erst mal den Doktor. Der Doktor scheint schon auf uns zu warten. Also da vorne stand schon ein Typ, der hat auf jeden Fall gewartet an der Bushaltestelle. Der sah ziemlich so aus, als wollte er da irgendwie was verkaufen. Der fragt auch schon, wo wir bleiben. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hin und gucke, ob er das ist. Und zur Not sage ich ihm, nee, sieht nicht gut aus, will ich nicht haben. All right, viel Glück. Danke. Warten wir mal ab. Das war die dümmste Idee ever. Also, es war auf jeden Fall der Typ, der wir dachten es ist, der mit der roten Hose, so. Der an der Bushaltestelle gewartet hat, dann sind wir halt ums Eck gegangen, so. Und dann meinte er so, ja, wie viel willst du denn haben? Dann habe ich gesagt, ja, Fuffi. Dann hat er mir halt den Stuff gezeigt und dann meinte ich so, boah, nee, hier ist mir zu heikel. So, da habe ich mich gegangen. Und jetzt läuft er da vorne lang, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir düsen ab. Aber krass, es hat funktioniert. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Also, wenn du Drogen kaufen willst, funktioniert es auf jeden Fall, kann man sagen. Wir wollen wissen, ist das ein Einzelfall oder gibt es viele solche Gruppen? Dafür fahren wir nach Greifswald. Moin, moin. Moin. Hallo. Erst mal reinfahren oder kann man sich so? Ja, so kann man machen. Jakob Jünger hat zusammen mit seiner Kollegin Chantal Gärtner eine Studie zu Telegram gemacht. Die beiden haben sich über 9000 Gruppen angeschaut. Sind das Einzelfälle oder ist das ein deutschlandweites, großes Phänomen? Also, das sind bestimmt keine Einzelfälle, sondern das sind dann, wenn man jetzt in einer Stadt wie Hamburg nach Drogenangeboten sucht, wird man von einem gleichen Anbieter auch in einer anderen Stadt wie Berlin Angebote finden. Wir haben einen Anbieter zum Beispiel, der betreibt hier in Deutschland 90 verschiedene solche Kanäle und verteilt darüber halt die Angebote. Also, herzlichen Dank. Telegram ist neben Drogen bekannt für Verschwörungsmythen. Es gibt in Gruppen aber auch viele Inhalte, die eindeutig rechts sind. Und rechtlich zumindest fragwürdig. Zum Beispiel dieser Gedenkstein für den SA-Sturmführer Horst Wessel. Oder der Vertrieb von rechter Musik, Brigade 88. Jünger und sein Team finden aber auch Zitate wie dieses hier. Dem muss man eine Kugel durch den Kopf jagen. Er ist unwürdig, den Hitlergruß zu machen. Offener Aufruf zu Gewalt und oft nur einen Klick entfernt. Das heißt, es kann auch sein, dass wenn ich in einer ganz normalen Nachbarschaftsgruppe unterwegs bin, dann relativ schnell in so eine rassistische oder rechtsextreme Gruppe komme. Ohne danach vielleicht aktiv zu suchen. Es kann halt einem ja dadurch passieren, dass vielleicht jemand anders aus einer anderen Gruppe etwas weiterleitet. Und dann eben Mitteilungen, die von fünf Gruppen weiterkommen, irgendwo in die eigene Gruppe reinkommen. Bei zwei, drei Ecken kommt man aber eben relativ schnell auch von so einem medienkritischen oder verschwörungstheoretischen Angebot in ein tatsächlich rechtsextremistisches Angebot. Androhung von Mord, Waffen, Ketamin. Ich finde das ziemlich heftig. Und ich finde eigentlich noch viel krasser, dass das alles so einfach zugänglich ist. Und ich frage mich, wie kann das sein? Das wollen wir von Telegram wissen und fragen nach einem Interview. Ob wir Erfolg haben? Wir werden es sehen. Aber wer steckt eigentlich hinter Telegram? Er hier. Pavel Durov. Naja, heute sieht er so aus. Und auf Insta präsentiert sich der Gründer von Telegram auch gerne mal so. Bescheidenheit ist nicht seins, wie er hier eindrücklich unter Beweis stellt. Telegram hatte lange Zeit den Ruf, besonders sicher zu sein. Auch weil Durov die Daten seiner User geschützt hat. Zum Beispiel vor dem hier. Die Anonymität hilft Oppositionellen in autoritären Regimen, sich zu vernetzen und Demos zu organisieren. Zum Beispiel in Hongkong. Oder in Belarus. Weil Durov nicht mit dem russischen Staat kooperieren will, muss er fliehen. Heute lebt er in Dubai. Und sein Messenger ist inzwischen einer der größten der Welt. Mehr als 500 Millionen User. Aber mit Staaten kooperiert Durov weiter nicht. Weder wenn es um die Daten von Oppositionellen geht, noch um rechte Gewalt oder Drogen. Wir skypen mit jemandem, der schon länger versucht, mit Telegram zu sprechen. Ah, moin, hallo. Benjamin Krause. Der Oberstaatsanwalt verfolgt Kriminelle im Internet. Dafür hat er Mittel und Wege, aber bei Telegram wird's kompliziert. Wir haben den Eindruck, Telegram macht sich ziemlich rar. Also Telegram, man weiß nicht, wo die sitzen und die entziehen sich dem Ganzen. Was ist das Problem für die Strafverfolgungsbehörden? Es ist schwierig, weil Telegram jetzt als Beispiel eben keinen festen Ansprechpartner ja benennt. Und auch für uns Strafverfolgungsbehörden insoweit es eben schwierig ist, in eine Kooperation, in eine Zusammenarbeit eintreten zu können. Es ist ja beispielsweise nicht so, dass quasi auf der anderen Straßenseite jetzt das Telegram-Haus steht, bei dem wir mit unseren klassischen Ermittlungsmethoden wie Durchsuchung oder Beschlagnahme dann vorgehen könnten. Sondern es ist ja gerade so, dass es unbekannt ist, wo sind jetzt die Daten, die bei Telegram zu den Nutzern gespeichert werden. Das bleibt zumindest erstmal Durofs Geheimnis. Aber was passiert denn, wenn ich als Nutzer mich mal direkt bei Telegram über Illegales beschwere? Wir versuchen es über den Support. Mobil 4227, 42777. Ja, ruf mal an. Diese Rufnummer ist uns nicht bekannt, aber wir können sie gern mit der Auskunft verbinden. Die Telekom-Auskunft 11833 kostet 1,99 Euro pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Ja, gut. Also, äh, die Nummer, die hier steht, gibt's anscheinend schon mal nicht. Hm. Also doch Mail, wahrscheinlich. Falls ihr es selber mal probieren wollt, unter abuse-at-telegram.org kann jeder sein Glück versuchen. Also wir haben jetzt, ähm, mal eine Mail an Telegram geschickt, äh, in der wir zwei Gruppen melden. Die erste Gruppe ist, ähm, eine Gruppe, in der man Waffen kaufen kann, Pistolen und Waffen Deutschland. Und die zweite Gruppe ist eine Gruppe, in der man indizierte Musik runterladen kann, ähm, von der Band Lanza. Wer Lanza nicht kennt, ein kleiner Textauszug, damit man versteht, was für eine Musik das ist. Afrika für Affen, Europa für Weiße, steckt die Affen in ein Boot und schickt sie auf die Reise. Ich glaube, das reicht, um zu sagen, was das für eine Musik ist, und die wird auf Telegram verbreitet. Warum kann sich Telegram einfach so allem entziehen? Und wie geht man damit um? Um das herauszufinden, fahren wir nach Berlin. Wir wollen mit dem Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz sprechen. Auf dem Weg zu seinem Büro treffen wir aber erstmal jemanden, der so aussieht, als könnte er uns etwas zu Telegram erzählen. Moin. Moin. Entschuldigung, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja. Und zwar habe ich jetzt gerade Ihre, ähm, Ihre Plakate hier gesehen. Ja. Und wir machen gerade eine Reportage über Telegram und haben uns gefragt, ob Sie auch auf Telegram in Berlin hier unterwegs sind. Ja, sei er. Aber er hat nicht nur eine Meinung zu Telegram, sondern auch zu unserer Arbeit. Das heißt, ihr werdet rausgeschickt, ja, Telegram ist ein böser Kanal. Holt mal Bilder, dass wir einen schönen Bericht machen können, wo diese Leute dargestellt werden, die diesen schlechten Kanal benutzen. Das haben Sie jetzt gesagt. Das unterstelle ich euch aufgrund dessen, was ich wahrnehme. Das ist eine Unterstellung, da könnt ihr jetzt Stellung dazu nehmen. Das werfe ich euch vor, ja. Ihr seid relativ jung, wurdet rausgeschickt, Bilder sammeln. Von den Bildern, die da reingehen, ja, werden die rausgeschnitten, die euch gefallen, damit ihr den Telegram-Kanal letzten Endes, äh, 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 in Diskredit, äh, stürzen könnt. Okay, okay. Das ist jetzt etwas ausgeartet. In jedem Fall sagt er, er informiere sich viel über Telegram. Und ganz Unrecht hat er auch nicht. Telegram ist ein gutes Tool, um sich zu vernetzen. Aber das nutzen eben auch Kriminelle und Rechtsextreme. Nun aber endlich zum Parlament. Das Interview mit Konstantin von Notz. Hier würde ich auch ein Büro nehmen. Der grüne Politiker fordert schon seit Jahren strengere Regeln. Also natürlich wird es immer gewisse Dinge geben, die man nicht regulieren kann in einem Rechtsstaat. Aber ich rate strengstens ab, das gegenüber von Digitalunternehmen zu propagieren. Das hat man immer und von Anfang an gesagt. Ja, Facebook, was willst du machen? Äh, die kannst du halt nicht regulieren. Die hocken da in diesem komischen Land USA und verdienen nur ein paar Milliarden Euro in Deutschland. Man kann da viel machen. Es muss halt der politische Wille da sein. Von Notz sagt, die Bundesregierung solle überprüfen, ob Telegram nicht unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz falle. Das gilt bereits für Facebook und Twitter. Die müssen sich darum kümmern, wenn User bei ihnen illegale Sachen posten. Tschüss. Also Konstantin von Notz hat ja jetzt vor allem kritisiert, dass die Bundesregierung nicht genug getan hat. Und dass die Bundesregierung auch die Gesetze, die es bereits gibt, nicht genug anwendet. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was sagen die dazu? Was sagt vor allem das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, wenn es um Telegram geht? So. Bundesministerium der Justiz und des Verbraucherschutz. Unsere Interviewanfrage hat das Ministerium abgelehnt. Wir fahren trotzdem mal vorbei. Das sieht so aus, als wäre das ein Ministerium, oder? Das sieht ministeriumsmäßig aus. Hier, pack doch direkt hier. Kann ich hier? Boah, für einen Moment. Und das ist es. Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Jetzt gucken wir einfach mal rein hier in die Gruppen in der Nähe. Och, und gucken, was finden wir denn da? Ja, Coke-Weed-247-Taxi. Bestes Weed und Coke. Coke hier, Haze, auch da, alles da. Direkt beim Um-die-Ecke vom Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Uh, Wochenendangebot, 3 plus 1, kriegst du 3 Gramm plus 1 für Ome dazu. Was ist heute für ein Tag? Heute ist Donnerstag, scheiße. Nee, Mittwoch. Gibt's nicht so einen Bergfest-Deal? Ja, müssen wir in 3 Tagen wiederkommen. Die Ministerin bekommen wir nicht, aber immerhin die Polizei. Die kommt aber nur, um zu fragen, was wir da eigentlich treiben. Da wir ein Interview angefragt haben mit dem Ministerium, für uns das aber leider nicht gestattet wurde, haben wir jetzt gedacht, okay, wir drehen wenigstens draußen. Wir drehen wenigstens außen ein paar Bilder und schreiben dann die Anfrage schon nochmal schriftlich, die Fragen. Das ist eigentlich ganz witzig gerade. Wir hatten gerade ein Date, oder das ist ein Date, aber wir hatten gerade eine Begegnung mit einem Polizisten, der anscheinend hier beim Ministerium arbeitet. Und wir haben ihm gezeigt, was man hier so in der Nähe kaufen kann. Und er sagte nur, ja, da weiß ich nichts von. Kenn ich mich nicht mit aus. Also, fand ich auch so ganz geil. Also, ja, kenn ich nicht. Wir verlassen Berlin. Bis neue Gesetze da sind, kann es noch dauern. Was also tun? Gibt es vielleicht noch eine andere Lösung? Zurück nach Hamburg. Wir wollen zum Kiez. Diesmal kein digitaler, sondern echt. Auch hier wird gepöbelt und auch hier werden Drogen gedealt. Gesetze helfen dagegen nur bedingt. Das sei bei Telegram dasselbe, meint Martin Fuchs. Er ist Digitalberater und sagt, Kommunikation finde immer ihren Weg. Besonders im Netz. Und das ist ja auch das Schöne eigentlich am Internet, finde ich, dass es da so viele Nischen gibt und so viele Möglichkeiten auch gibt, sich auszudrücken, sich miteinander zu vernetzen, miteinander vielleicht auch coole Sachen zu kreieren. Dass man, glaube ich, sowieso einen Grundfehler macht, indem man denkt, das Internet mit Gesetzen regulieren zu können. So funktioniert einfach der digitale Raum nicht. Die Gesetzeslage reiche aus. Aber von etwas anderem sollte es mehr geben. Dass eine große, breite gesellschaftliche Diskussion geführt wird. Nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf europäischer Ebene, im besten Fall ganz international. Und dass damit natürlich der Anbieter dann auch schon einen gewissen Druck verspürt, Maßnahmen einzuleiten, ohne dass es ein konkretes Gesetz gibt, auf das er reagieren muss. Fuchs sieht alle in der Verantwortung. Den Staat, Telegram und die User selbst. Und zumindest einer von den dreien hat mir inzwischen geantwortet. Also, wir haben jetzt hier die Antwort vom Bundesministerium für Justiz bekommen. Und hier heißt es, wenn über Messenger-Dienste strafbare Inhalte verbreitet werden, die eine große Öffentlichkeit erreichen können, müssen auch Messenger-Dienste in die Verantwortung genommen werden. Da frage ich mich, von wem, wenn nicht von euch? Dazu sagt das Ministerium, hierzu bedarf es einer europäischen Lösung. Also das Ministerium gibt die Verantwortung an die EU weiter. Telegram hat mir nicht geantwortet. Und die Waffenposts und die rassistische Musik, die wir gemeldet haben, sind immer noch online. Zeit fürs Fazit. Ich werde Telegram weiter nutzen, aber auf die Gruppen verzichte ich in Zukunft lieber. Auf der einen Seite kann man über Telegram verschlüsselt und geschützt Nachrichten schreiben. Das finde ich erstmal super. Auf der anderen Seite missbrauchen Leute diese Anonymität aber auch, um illegale Inhalte oder teilweise geheftige Sachen anzubieten. Und der Staat tut dagegen bisher wenig. Wir haben die Experten gefragt, wie es trotzdem funktionieren könnte. Und manche sagen Gesetze, andere sagen öffentlicher Druck. Wie seht ihr das? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Lust habt, hier sind noch Videos von KollegInnen von uns. Schaut mal rein. Und wie sind sie denn da? Die Leute aus- und sie sind. Und wie war es noch? Schaut mal rein.